Es gibt sicherlich mehrere Gründe, warum Sie unbedingt nächstes Jahr 2020 nach Singapur zum World Symposium des ITI gehen sollten. Erstens, es ist eine Jubiläumsveranstaltung, 40 Jahre ITI. Das ist schon eine markante Situation und ein markanter Punkt. Das zweite ist, wir haben ein ganz spannendes Thema mit den patientenzentrierten Aussagen, die wir in den Mittelpunkt stellen und den patientenzentrierten Konzepten. Drittens, Singapur allein ist schon eine Weltstadt und eine Reise für sich wert. Und nicht zuletzt ist es natürlich wieder eine Möglichkeit, sich mit Freunden und dem großen Network des ITI zu treffen und eine wunderschöne Woche in Singapur zu verbringen.